Orient trifft Occident. So würde ich das Restaurant Food Club in Erlangend beschreiben. Die beiden Gastgeber, Sven und Michal, führen uns in die arabische Küche. Von Messe über Pide, Köfte bis Baklava, eine herrliche Auswahl an arabischen Spezialitäten finden sich auf der Karte. In schönen Ambiente lässt sich ein sehr schöner, entspannter Abend verbringen. Wir kommen wieder.